S so wie die Unterbrechung der Abstoße spielst du weiss auch nicht wieso das erste Mal mit Tonversuchhaft zu tun wird mir aber schlecht aber man hört ihn du musst mal ganz ruhig sein und warte das so so also stop warte hey was macht das ganz schade ha 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 so jetzt geht mal weiter dann hört man das ein bisschen mehr hey ups wow die greift mich nicht an wieso griff die mich eigentlich habe ich nie bemerkt immer wenn ich ein paar äh ich weiss nicht was ab geht Leute aber es gefällt mir was da sie müssten mich alle angreifen es ist wohl ein fehl ich weiss es nicht sagt mir etwas sagt mir mal schreibt mir etwas es gefällt dass mich niemand angreift das zweite Mal jetzt ich habe mal überschalten eigentlich sollte da meine Leute ziehen ich gehe mal hoch es ist wirklich komisch es ist sehr komisch hätte ich müssen mich alle annehmen own niemand höh ich kapiere nichts mehr und da ich weiss nicht wieso es geht es anders So, und jetzt gehe ich raus, da ist niemand. Da. Betamund, der ist vielleicht nicht mehr da. Niemand ist da. Gut, die sind alle da, das freut mich. Schau, da geht der Wegwerfer. Das ist alles weg. Nein, lau, warte. Ah fuck, wie es klappt es nicht. Hier runterwerfen, abhauen, tot. Finde ich die Birstock, ich habe die aufgebaut. Ich hätte vielleicht noch ein paar Stunden bin. Wir sind voll bereit, das lenkt mir. So, tot. Das kommt hier, das sind Sklaven. Ja, vielleicht nicht zu gut. Ich werde mal in den Grund warten, ich bin mal still. So. So. Hintergrund muss ich, ich weiss nicht, das muss ich noch ändern, bevor ich so ein Play mache mit Hintergrund. Ja, das ist doch, vielleicht, ja, merkt man es noch. Ich kann auch ein stadtlicher Reichweite. Nicht so weit. Äh, ja, damit war es dann ja schon so gut. Aber wo können wir noch gehen? So, oder? So. Doch, eben, da sind Feinde. Doooo! Hehehe! he he und dann weg Räuter oder du stirbst wow die Explosion allein hat es mich nicht umgebracht he he so also gehen wir mal hmmm es fehlt unter 60 ich weiss das ist eine geile Rückblende und Black Commands habe ich schon mehrmals gegeben Black Commando Black Hand Commando Black Hand Commando seine Let's Plays Fallow 3 macht er schaut es euch an sehr uns empfehlen macht es gut er macht es wirklich gut gehen wir mal rein ist das ein Ort wo die wahnsinnigen Leute an denen es nicht war das war die Klontruppe ich weiss das sind die wahnsinnigen Überlebende genau hey Black Hand geh mal da rein das ist eine Rückblende aber läuft dann nicht zurück wenn es zu viel wird ein paar Orte wo es zu viel wird kann man laufen und dann an einem Ort kann man dann auf dem PC kann man alles erkunden das ist noch ein Überlebender er hat eine Tarnkappe Tarnkappe ja er kennt sich Tarnkappe er lädt sich um sich Feind das ist wohl der Grund wo er mich gerade kann schiessen ich weiss es tut also jetzt die Rache es ist die Rache es wird viel stärker 152 schade Falt 108 1 Falt nein Fort Constantine nein das ist voll ein Roboter perfekt geh mal da Fort Constantine hier zurück zurück die Waffe hier geht voll ab da muss noch ein Roboter hier nein es ist ein Protektor da sind Roboter hier ich geh mal da rein was sind die nicht ausgerottet weil ich es ausgerottet habe nein es ist da da ist da ist noch einer das weiss ich und da muss ein Roboter hier noch sein ja ich verbrauch mal das an eigentlich nicht zu schätzen ich weiss nicht wie das da geht keine Ahnung ok hey das hat Will nicht zu spätieren das darf ich nicht respektieren gehts noch oh sind alle schon respektiert aber da nein da wäre ein Roboter hier geil so 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 jetzt kommt mit der Hältertmacht das einfach zu sagen schiessen Bein betreibt ah ja wir können die ja gerade backen das ist ein Wissgeir ohne nicht so gut nein egal das ist ein Wissgeir das ist das